Musik Herzlich Willkommen zu einer neuen Sendung Feldexkursion. Schön, dass Sie wieder da sind. Es kam die Frage auf, warum der Weizen bei guter Endüngung und geringeren Erträgen schlechte Qualitäten erzielt hat. Normalerweise hätte man denn hohe Proteingehalte erwartet. Woran kann das gelegen haben? Durch zum Beispiel Stressbedingungen wird die Umverlagerung oder auch Translokation von Assimilaten aus grünem Gewebe, Blätter, Stängel oder auch den Spelzen hin zu den Speicherorganen oder dem Korn gestört oder abrupt beendet. Was für Faktoren können das zum Beispiel sein? Trockenheit, Hitzeschlag, also fünf Tage über 30 Grad. Krankheiten wie Rosen, die eben Leitbahn verstopfen können. Schlechtes Wurzelsystem, was dann wieder das Hormonsystem beeinflusst und das dann auch Einfluss auf die Translokation hat, also Umverlagerung. Stickstoff bzw. Fungizide haben auch Einfluss auf die Umverlagerung. Es gibt zum Beispiel Strobilurine oder Carboxamide, die eben den Blattapparat sehr grün erhalten, also verjüngen, Einfluss auf die Entwicklung der Pflanze haben. Wenn dann aber auf einmal Hitze kommt, hat die Pflanze eben nicht mehr genügend Zeit, um zu verlagern, also die Assimilate aus den grünen Blättern nach oben in die Speicherorgane zu bringen. Dann ist eben der Ertrag oder die Qualität dementsprechend schlecht. Aber irgendwo muss ja der Stickstoff jetzt sein. Wo? Die Assimilate bzw. der Stickstoff können sich beispielsweise noch im Stängel bzw. Stroh befinden. Das Phänomen von einem grünen Stängel und einer weißen Ehre hatten wir vor einigen Jahren schon mal. Es ist jetzt ganz wichtig, dass der Stroh oder der Stängel sehr klein gehäckselt wird, sodass eben dann die Nährstoffe schnell verrotten können bzw. der Stroh schnell verrotten kann und die Nährstoffe der Folgekultur wieder schnell und zügig zur Verfügung stehen. Außerdem sollten Sie mal darüber nachdenken, ob Strohverkauf dann unter diesen Bedingungen sinnvoll ist. Haben Sie Problemstandorte, also Standorte, wo häufig Hitze, Trockenheit oder geringe Strahlung vorkommt, dann sollten Sie sich noch einmal genaue Gedanken über Getreide- oder Weizenproduktion machen. Denn zu viel des Guten, also zu viel Dünger- oder Pflanzenschutz kann auch Ertrag kosten. Wichtig ist eine rechtzeitige Saat mit einer passenden Sorte. Weniger Sorten einsetzen, die ein hohes TKG bilden oder Bestandesdichte brauchen. Außerdem ist es wichtig, auf eine gute Bodenstruktur zu setzen, sodass dann auch ein vernünftiges Wurzelsystem gebildet werden kann. Also es ist wichtig, die Kornausbildung nicht zu beeinflussen, sondern zu fördern. Haben Sie dazu Fragen, brauchen Sie geeignete Sorten oder andere Informationen, dann rufen Sie uns gerne an. Bis dahin. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017